hallo der Matthias ist wieder hier ich freue mich dass du mit dabei bist bei meinem neuen video wie du sehen kannst bin ich wieder einmal draußen hier bei uns in Cuxhaven und zwar habe ich heute die brandneue Kamera dabei die Insta360 ONE RS und heute ist Markt kannst du hier erkennen und ich werde da mal ein paar erste Testaufnahmen mit der Kamera machen das Wetter ist beschissen es regnet aber ich nehme in dem Video HDR Modus auf und ich hoffe dass da noch ganz gut was zu sehen ist dann gehen wir jetzt mal zusammen über den Markt so so Musik 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 So dass ich dann auch mein externes Rode Mikrofon einschließen kann, wenn ich das so möchte. Dadurch wird der Ton auch wieder besser. Ja, ok. Das war dann auch schon wieder hier mein etwas kurzeres Video vom Wochenmarkt mit der neuen Kamera. Der Insta360 von RS. Wenn es dir gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibe einen schönen Kanal. Abonnieren und die Vlog drücken. Geldsozial ist schon. Ok, und dann sehen wir uns auch schon wieder bald. Auf einem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Stein Matthias. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.